Mama, Cola ist alle. Soll ich zwei Kästen kaufen oder lieber drei? Kauf gleich fünf. Mach ich, hab dich lieb. Mama, haben wir noch Cola? Geh Kladowka gucken. Das ist keine echte Cola. Hast du Geburtstag? Nein. Und hast du Gäste da? Nicht. Wie du jetzt echte Cola kannst du trinken, wenn du nicht mehr Hausmein lebst.